Erkennen Sie noch etwas? Das waren bis zum Ende des 19. Jahrhunderts noch Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Und alle haben eines gemeinsam. Sie sind aus Holz. Die Handhabung und Bedeutung von Holz hat sich inzwischen stark verändert. Geodreiecke und andere Werkzeuge zum Beispiel sind meistens nicht mehr aus Holz, sondern aus Plastik oder anderen Materialien. Bei der Ausstellung Holz aus den Bergen im Alpin Museum in Kempten dreht sich momentan alles ums traditionelle Holzhandwerk. Es spielt natürlich das Handwerk eine große Rolle und für heute sagt es uns eigentlich, dass sich sehr viel geändert hat am Umgang mit dem Rohstoff. Heute ist es ein Wertmaterial und zu der Zeit, wo diese Aufnahmen entstanden sind, war es natürlich auch ein wertvolles Material. Aber es wurde mit der Hand in langfristigen Prozessen damit umgegangen. Also da war die Maschine noch nicht so groß im Einsatz wie heute. Das ist eine ganz spannende Geschichte, wenn man das eine mit dem anderen vergleicht, sofern man es noch in Erinnerung hat oder hier sieht. Und mit dem heutigen Umgang Holz, das spielt die Pellets eine Rolle und das spielt der Nutzwert eines Holzes eine Rolle. Und da spielen noch viele andere Dinge mit eine Rolle, wenn sie in die ältere Tradition gehen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen hauptsächlich die Fotografen Rainer Retzlaff und Erika Groth-Schmachtenberger. Beide fotografierten das Leben der Holzarbeiter. Und das, obwohl zwischen den beiden ein Altersunterschied von 50 Jahren liegt. Erika Groth-Schmachtenberger fotografierte hauptsächlich während des Zweiten Weltkrieges. Bei ihren Bildern handelt es sich um gestellte Bilder für Kalender oder Werbezwecke. Im Gegensatz dazu hielt Rainer Retzlaff ab dem Jahr 1993 über fünf Jahre das Leben der Geschwister Boxler aus einer Sägemühle in Wiggensbach fest. Dabei übernahm er die Rolle des stillen Beobachters. Also die meisten Aufnahmen von der Erika Groth-Schmachtenberg, also die ältere Vertreterin dieser Zunft, entstanden, wenn Sie es nachvollziehen, im Allgäu oder in Oberbayern auch relativ viele. Vom Herrn Rainer Retzlaff entstanden die alle in einem Ortsteil von Wiggensbach bei der Sägemühle von den Boxler-Geschwistern. Und sind also doch, ich denke, zu 80 Prozent sind es Motive und Personen hier aus dem Allgäu. Obwohl zwischen den beiden Künstlern so viele Jahre liegen, ist das aus den Bildern kaum ersichtlich. Beide fotografierten in schwarz-weiß, nur die Herangehensweise ist unterschiedlich. Die Aufnahmeart hat sich geändert. Die Erika Groth-Schmachtenberger ist mehr die Dokumentarin. Und der Rainer Retzlaff ist eher so, der die Impression, wenn Sie so wollen, auch das Künstlerische eines Fotos ganz im Vordergrund sieht. Und was das Foto eigentlich emotional nochmal mit sich bringt. Rainer Retzlaff baute in den Jahren eine sehr enge Verbindung zu den Boxler-Geschwistern auf. Daher entstanden auch Bilder aus ganz privaten Situationen, zum Beispiel beim Zeitungslesen in der Küche. Erika Groth-Schmachtenberger hielt mehr Abstand zu den fotografierten Personen. Dass die Ausstellung zustande kam, war Zufall. Weil es hier schon zwei recht erfolgreiche Ausstellungen zu der im 20. Jahrhundert bis Anfang der 90er Jahre aktiven Erika Groth-Schmachtenberger gab. Die über Bergwald, beziehungsweise über die Region hier im Oberbayern, im Allgäu und die Menschen darin dokumentarische Aufnahmen seit den 30er Jahren gemacht hat. Die waren schon da und wir hatten die Auswahl da und Herr Felle hat uns da freundlicherweise eine Auswahl zur Verfügung gestellt. Und dann kam eben die Kenntnis von Herrn Retzlaff dazu. Neben den Fotografien kann man in der Ausstellung auch Kunstwerke von anderen Künstlern begutachten. Wie zum Beispiel die skulpturgefallene Heldengestürzte Denkmäler von Stefan Rustige als Metapher für die Demontage politischer Wahrheiten. Die Ausstellung Holz aus den Bergen im Alpinmuseum Kempten läuft noch bis zum 18. November dieses Jahres. Sie hat dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet.